Hallo Leute, es geht weiter in Shadow Tactics Blades of the Shogun. Jetzt musst du dir kurz überlegen, wie das Spiel heißt. Soll dem immer noch was klauen und entweder diesen Tower oder diesen Tower hier umschmeißen. Und ja, vorher müssen wir hier aber noch ein bisschen aufräumen, weil mir hier noch ein paar zu viele Leute sind. Und deswegen gehst du mal nach da und du gehst mal nach da. Und der sieht nämlich da, die Sarke. Das war, glaube ich, gar nichts. Läula. Warum auch immer ich da S getrübt habe statt A. Ja. So, okay. Also nochmal, der geht. Du gehst nach da. Du gehst am besten da hoch. So, du kommst hier rüber. Dann gucken wir mal. Weiter. In den Dings gehen wir. So. So, und dann machen wir A. So, einer. Du musst mal kurz... Da rüber. Ich muss mal kurz gucken. Den da, den werde ich, glaube ich, von oben machen. Der sieht den nicht. Wäre nur der. Sekunde. Ne, der sieht den nicht. Und der sieht den, glaube ich, auch nicht. Dass wir hier ankamen. Die Hecke eignet sich natürlich perfekt zum Verstecken von Leuten. Ja, das kriegt keiner mit. So, dann gucken wir mal kurz, wo wir bei denen. Ich fürchte, dass ich es nicht schaffe, den umzubringen, in die Ecke zu ziehen und zu verschwinden. Das heißt, ich brauche hier Hilfe. Und ich habe auch schon die Idee... Ich hoffe, dass der dir sieht. Nein, diesmal nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Weil eigentlich dachte ich, er hätte da einmal hingeguckt. Da aufräumen. Den noch weg. Das dürfte auch nicht so schwer sein. Und den kann ich da wahrscheinlich von da oben machen. So, bitte mal da hingucken. Nein. Äh, Mist. Ich vermute mal, das sind jetzt zu viele. Dass nur die zwei sind, wäre ja okay. Aber noch mehr kommen, habe ich ein Problem. Du kannst mich nicht schocken. Woher haben sie sie? Du wirst eskehren! Nur eine Flasche. Mano! Jetzt hat der andere die Sargeflasche auch gesehen und kam an. Die machen nicht mit. Ich werde silenzulter sein. Oder ich habe eine Idee. Kann ich den hier anlocken? Und zwar mit Spuren hier um die Ecke. Das ist ja eigentlich für mehrere gedacht. Aber geht auch für einen. Dauert eine Weile, bis es wieder aufgeladen ist. Jetzt ist der schon mal weg. Sehr praktisch. Jetzt mal gucken, wo der hinguckt. Jetzt nehme ich einen Punkt, wo er hier durchguckt. Hoffe das passt. Nein! Ach, Mano! Der dürfte nämlich so weit gucken, dass er das sieht. Okay. Ach, der, 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 der. Aber die Flasche da kann ich nicht so weit werfen. Zumindest musst du jetzt mal da rüber. So, guck mal mal. Hier gibt es nämlich lustigerweise keine einzige Wache. Sprecher mal. So. Du schmeißt eine Sarke mal auch da. So. Und die kommt da hinten. So. Gut. Gut. Ich werde nicht fehlen. mal kurz geguckt, aber wir haben noch ein bisschen Zeit in der Aufnahme. Hier drüben sieht alles ruhig aus. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ich überlege halt gerade, ob ich die auch erst noch ausschalte. Bevor ich hier weitermache. Das wäre wahrscheinlich ganz hilfreich. Eigentlich kommen wir beide hier hin. Weil die habe ich ja alle da schon ausgeschaltet. Wie will die hier drüben auch noch ausschalten? Äh? Oh, da oben steht einer. Ähm. Okay. Ich komme da nicht lang, weil von da außen guckt jemand. zunächst ab und zu. Die kriege ich nur ausgeschaltet. Okay. Oh, yes. Yes. Ich will sie it done, my lord. Das heißt, wir können nur lang, wenn der sich umdreht. bin ich sicher auch nicht. Okay. Da sieht einer. Das ist, kann ich hier vielleicht ausnutzen. Weiter. Ah, Wache. So, wenn ihr bis dahin guckt. Das ist, Den müssen wir da rüberlocken. So... Noble... Hat ganz gut funktioniert. So... Ähm... Jetzt überlege ich gerade... Ich könnte da drüben hoch... Dann würde mich der sehen. Zumindest wenn er nach da guckt. Den muss ich unbedingt ausschalten. Und den hier auch. Okay. Okay. So... Kommt der jetzt? Ja. Ich würde den da gerne auch umbringen. Gucken, ob er hier lang kommt. Sch... Sch... So... So... Gut. Haben wir den auch? Ich weiß, dass ich da hochkomme, aber... Das wird schwierig. Der sieht von da oben natürlich viel besser. Das muss sofort beantwortet werden. Das wird sofort beantwortet. Es wird zu Ihrer Satisfaction sein. Das muss sofort beantwortet werden. Es wird zu Ihrer Satisfaction sein. Ich glaube, fast ich habe ihn nicht gespeichert, oder? Der kommt da angerannt. Ist der denn jetzt schon weg? Oder kommt der noch an? Haha. Ne, der ist schon weg. Okay. Okay. Glory awaits. On my way. Oh, so exciting. Hush! Nein. Ich bin nicht da hoch. So. Oh, that's easy. Ah, Preparations underway. I will report to you once. Forgive patience. Is it a puzzle? Weil da hinten kann er auch nicht gucken. So, das heißt... Was ist das? Mal gucken. Was ist das? Ich sollte auch die Falle nehmen. Nein. Quatsch. So, du. Dann ist mir wieder eine Falle nach da. er hat natürlich nicht funktioniert gar nicht funktioniert dacht ich versuche ich mal was anderes aber wobei der kommt doch auch runter wenn er die fußspuren sieht oder ausprobieren kommt er runter nein nein Speichern wir mal. Hier gibt es anscheinend nicht genug Fußspuren. Die timen sich auch so, dass es nicht funktionieren. Der hinterlässt da auch keine Fußspuren. Mano. 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 Was ist das? Was ist das? hat funktioniert mit ein bisschen glück hat keiner gesehen und hat funktioniert so ein bisschen eng hier ist ein bisschen vom handling gerade ein bisschen nicht so schön finde ich runter sammeln die mal auf und die musste mal weg bringen hilft alles nix der muss da weg so dann der da das ist ein weniger hier ist natürlich ein problem man kann sich da nicht anschleichen musste sich darüber schleichen der misst jetzt hat der mich gesehen der kam runter und hat aber die anderen auch auf na gut noch mal versuchen kommt er gerade kann der sehen der sie den bereich da auch okay na da finden sie aber nix okay die gehen gleich wieder zurück ich will nämlich den da oben ausschalten kommt einer da lang okay dann müssen wir kurz warten bis der auch weg ist so gut da bist du jetzt dran der sucht nämlich auch ich hoffe das war nicht zu weit geschmissen es war zu weit geschmissen es war zu weit geschmissen wobei wenn mal die drei kommen nein guck mal ich habe es in dem moment wo ich geschmissen habe habe ich gedacht warte das ist so Du musst nur wissen, wo die Strecke zu strecken. Schöne oder benutze meine Katana. Mach mal so. Okay, geht doch. So. Ähm. Jetzt gehen wir da rein. Wir haben drei Möglichkeiten rauszukommen. Nämlich da. Da würde der uns sehen. Er liege gerade. Am besten wär's, du gehst da nochmal raus. Freund im College. Da rum. Und wir locken den da weg. Das liegt nicht woher. Ah. My Tukuri. The fate is placed. Have a drink, friend. I play for the sugar. Und dann kommt der an. Und dann ist schubs. Und die anderen beiden kriegen wir nämlich mit einem Schlag jeweils. Okay. I will be silent. I will be silent. Und wir dürfen da rein. So. Gut. Ähm. Plan war's jetzt. Speichern. Das Ding umzuschubsen. Und dann muss sie es schaffen, den zu stiehlen. Nasty Wind. Sneaky. Und dadurch. ich denke dass die schon mal darüber kann und dann warten wir mal wieder bis der hier drüben ist ok haben allzu lange gewartet so spät oder? Mist Mist Mist, ich hätte den ja gern angelockt und da umgebracht ok gut dann müssen wir einfach warten den hätte ich ja gern weggeräumt vielleicht müssen wir sogar eine ganze Runde warten weil während die weggehen funktioniert das aber wenn die gerade wieder kommen funktioniert es einfach nicht dann kann ich auf jeden Fall den aufräumen und dann habe ich hier unten hoffentlich Platz mal gucken wie das geht der läuft dann nämlich nach da wenn der die beiden wegschickt dann würde das gehen so der weg wäre dann könnte man jetzt da bestehen das wäre der ideale Moment so gut haben wir das gemacht dann gucken wir jetzt mal der kommt gerade wieder ich weiß nicht ob das der passende Zeitpunkt ist aber los geht's was ist going on go investigate all of you this will keep them away for a while be careful yuki-chan ok vielleicht sollte ich das ok vielleicht sollte ich das ja machen sobald die da sind ja machen sobald die da sind das sieht ja ganz gut aus gut da sind wir und zufällig genau jetzt fährt der los denen ist auch nicht aufgefallen dass da oben einer lag drauf ok hat ein bisschen länger gedauert diese mission ich hoffe sie ist fertig ja 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 Ich gebe dir eine Frage. Du bist, ähm... Du bist nicht wie andere Samurai, oder? Ha ha! Ist das deine Idee für ein Kompliment? Ja. Dann nehme ich es so. Jetzt, lass uns zurück nach dem Meeting-Place, und diese Dokumenten examinieren. Ja, Master Samurai. Okay. Ha! Zerstöre nicht die Holztürme. Wäre eins gewesen. Okay, schließe die Mission in unter 15 Minuten ab. Ich habe gebraucht 1 Stunde und 40 Minuten. Viermal haben wir das gelöst. Ja, okay. Gut, äh, weiter. So, schüpp. Oh, relativ gleichmäßig genutzt, glaube ich. Davon nicht so viel. Aber, okay. Gut. So, weiter. Ähm, das war Mission 4. Na? Diese da? Ne. Das war erst Mission 3. Richtig. Es war Mission 3. Aber es war jetzt die vierte Folge. Und damit sind wir durch mit Mission 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich denke, ihr, wenn ihr jetzt das gesehen habt, denkt ihr wahrscheinlich, ja, das hätte ich viel besser hingekriegt. Dann kauft euch das Spiel und macht selber besser. Von mir aus, ähm, ich bin vielleicht auch nicht der, der da jetzt durchrast oder auf Risiko geht, sondern manchmal eher wartet. Aber so spiele ich halt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, damit ihr auch die anderen Missionen dann mitkriegt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.